Die Fundación Real Madrid Klinik ist die bekannteste Fußballschule der Welt. Gemeinsam mit den Partnervereinen vor Ort werden über 350 Camps in acht Ländern umgesetzt. Mehr als 15.000 Kinder sowie Jugendliche nehmen jährlich in den 5-Tages-Camps teil und trainieren unter den besten Bedingungen, wie ihre Idole von den Königlichen. Das Trainingskonzept verbindet ein sportliches Weiterkommen mit der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Die zehn Trainingseinheiten basieren auf der Trainingsphilosophie der ruhmreichen Jugendakademie La Cantera und vereinen technisch-taktische Übungen mit der puren Freude am Fußball. Dabei werden die innovativsten Trainingsmethoden und Technologien eingesetzt, um die Konzentrationsfähigkeit und Handlungsschnelligkeit der Spieler zu stärken und die Performance der Teilnehmer zu messen. Für die Fundación Real Madrid Klinik ist jedoch auch die Wertevermittlung elementar, denn Respekt, Fair Play, Team Spirit, Siegermentalität und Führungsqualitäten sind in der DNA des Vereins verankert. Daher wird nicht nur das sportliche Talent bewertet, sondern auch das persönliche Auftreten. Für die größten Talente beginnt in den Camps jedoch erst die eigentliche Reise. Wer sich in den Finals der verschiedenen Länder der Fundación Real Madrid Klinik durchsetzt, erfüllt sich einen großen Traum. Die besten Nachwuchskicker fahren nach Madrid und trainieren im legendären Estadio Santiago Bernabeu. Melde dich jetzt in einem Camp in deiner Nähe an www.frmkliniks.com www.frmklinik.com